Ich bin zu Hause, Pudel. Hallo, Tod. Wie war die Gerichtsverhandlung? Ganz gut. Ich habe geweint und unser Nachbar muss ausziehen. Was gibt es zum Frühstück? Todflex. Davon haben wir noch jede Menge. Weil ein gewisser Herr ja nicht glauben wollte, dass sich die Geschmacksrichtung Verwesung nicht gut verkauft. Hör auf, das Gesicht zu verziehen. Ach, ich kann dir einfach nicht böse sein, wenn du so niedlich lächelst. Hast du denn Milch mitgebracht? Äh, wer ist das? Guten Tag. Ich habe mich vorhin erhängt und dann hat ein Bär meinen Arm gegessen. So was. Haha. Wie oft habe ich dir schon gesagt, dass du keine Arbeit mit nach Hause bringen sollst? Ich hatte noch keine Zeit, ihn wegzubringen, wegen der Gerichtsverhandlung. Hm. Ich hatte mir das Leben nach dem Tod irgendwie anders vorgestellt. Das ist das Leben mit dem Tod. Kannst du ihn bitte wegbringen, bevor wir frühstücken? Na gut. Kommen Sie. Ich bringe Sie ins Licht am Ende des Tunnels. Hui. Und bring Milch mit! Und bringe Sie ins Licht am Ende des Tunnels.